ja hallo und willkommen hier zur dritten folge call of war auf der 500er karte mit kolumbien ja tag nummer vier und wir stehen auf platz sieben mit 120 siegpunkten unsere unser erlei peru ist auf platz 3 ist sehr erfolgreich das ist wieder weg und nordbrasilien ist glaube ich ein ganzes stück hinter uns süd brasilien nordbrasilien hier in der liste punkte da sehen wir es nämlich an den martianzeigen hier unten bei 80 siegpunkten ja es wird denke ich mal wenn wir auf die karte gucken sehen wir dass brasilien und peru hier sehr erfolgreich sind also gerade peru hier wirklich am kompletten durchdrehen hier sehr erfolgreich hat auch schon level 3 fabriken und alles also wirklich 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 sehr erfolgreich ich vermute mal auch dass fabriken wirklich wichtig sind also dass wir viele fabriken bauen müssen wir sind auch dabei weiterhin aber ich fürchte dass unsere fabriken einfach teilweise noch nicht ausreichen deswegen werde ich in den nächsten tagen auf jeden fall mehr fokus auf fabriken legen aber zuerst kommen wir mal hier oben zu mexico und da haben wir hier ein großes problem und zwar haben sehen wir hier zwei große armeen die hier unterwegs sind wir haben jetzt war auch selber artillerie die ziehen wir jetzt auch zurück lassen die panzer division hier stehen die hat auf zum glück recht viele angriffs quatsch doch herver punkte leider schaffe ich es nicht mehr die infanterie hier noch aufzuwerten ich hoffe aber prinzipiell dass das eine gute sache noch ist wir haben eine gute verteidigung gegen gepanzerte und leicht gepanzerte sachen aber hier muss man natürlich auch sagen die panzer division auch einen sehr guten angriff müssen wir einfach mal gucken ich bleibe auf jeden fall in der defensive einfach weil ja infanterie eine sehr gute defensiv einheit ist wir sind jetzt auch noch dabei hier panzerwagen noch ranzuholen und dann sich ja hoffe ich natürlich dass wir das hinbekommen weil hier steht auch noch mal eine relativ große armee auch die ist relativ bedrohlich und unsere nachschubwege sind ja bekanntlich sehr lang wir haben jetzt hier natürlich auch noch den kreuzer der hier hoffentlich dann bald eingreifen kann in die ganze geschichte der muss nur bis da fahren das ist in drei stunden der fall der wird auch leider nicht rechtzeitig ankommen da müssen wir einfach mal gucken hier kommt auch noch mal ein mittlerer panzer also an sich unsere truppen stärke ist eigentlich recht gut ich habe jetzt ja noch zwei karten eingesetzt gehabt aber bis die soweit sind das dauert auch noch mal ein paar tage also unterm strich ja müssen wir mal gucken wir haben jetzt waren relativ großes her stehen aber der feind hat natürlich auch eine recht große armee und kann dem auf jeden fall entgegentreten ja müssen wir einfach mal gucken hinten sondern mal zwei abgepanzerte abgekämpftes panzerregiment ja also unterm strich kann man sagen wird es jetzt noch mal kritisch aber ich denke mal wir sollten das hier hinbekommen ich bin da eigentlich recht guter dinge also wenn der kampf hier gewonnen wird und unsere art überlebt was sehr wichtig wäre dann bin ich da eigentlich recht guter dinge dass wir diesen kampf hier für uns entscheiden können so und dann gucken wir jetzt aber als erstes erstmal wo wir ja wo wir am besten noch fabriken bauen und zwar würde ich gerne hier die level 1 fabrik in vier minuten dann direkt auf level 2 aufwerten ja dann kriegen wir nämlich ein bisschen stahl hier haben wir eine level 2 fabrik da können wir direkt die level 3 fabrik draus machen und wir werden selten erden würde ich jetzt noch nicht unbedingt wir können hier noch mal wir bei öl schon irgendwo eine fabrik stehen ich glaube nicht wenn ich richtig liege genau dann würde ich sagen machen wir hier bei der ölprovinz einfach auch noch mal eine fabrik ok können wir noch nicht müssen wir noch ein bisschen warten dann kommt in die bauschleife dann sollte das auch erst mal funktionieren oder wir machen wir werden auch noch mal eine rekrutierungsstation danach direkt den auftrag geben um hier noch ein bisschen arbeitskraft dazu zu bekommen und dann bin ich eigentlich auch recht guter dinge dass wir das alles hinbekommen ja wir werden auf jeden fall jetzt ein bisschen mehr fokus auf fabriken legen hier wird auch noch ein kreuzer gebaut in panama ist unterm strich unser militär doch recht stark ist auf jeden fall sehr am wachsen aber wenn man in die welt mal guckt sehen wir großbritannien hier auch wirklich sehr erfolgreich ist wirklich extremst erfolgreich auch hier turkistan mittlerweile sehr groß sibirien ist am wachsen also unterm strich doch schon sehr viele sehr große nationen dabei in amerika geht es zum glück noch da ist peru mit abstand der größte vielleicht kann er uns auch ein bisschen unterstützung noch schicken gegen mexiko da werde ich vielleicht mal anfragen aber ich denke mal unterm strich ist das hier recht gut und ja wir werden mal gucken das gute ist zur not ganz zur not können wir uns bis nach panama zurückziehen das ganze hier aufgeben das wäre zwar sehr ärgerlich aber im zweifel würde ich das tun wir haben ja auch eine kleine flotte die dann den kanal auch schützen kann also von daher bin ich eigentlich unterm strich noch recht guter dinge dass wir das ganze hier hinbekommen wir sehen dass hier noch eine ein paar flugzeuge ankommen hier ist auch noch eine flugzeugstaffel also ja wir müssen das ganze erstmal beobachten und morgen werden wir auf jeden fall schlauer sein und genau deswegen bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal